Leidenschaftliche Seelen und leidenschaftliche Künstler. Willkommen zum königlichen Treffpunkt, dem Royal TS-Foto-Podcast. Hier geht es nicht nur um Blenden und Belichtung, sondern um das Ganze drumherum in meiner Fotografie. Erwartet mit Spannung inspirierende Gäste, die eure Kreativität entfachen werden. Ich spreche über meine persönliche Herangehensweise, die Motivation hinter meiner Linse und die lebendige Geschichte meiner fotografischen Reise. Bleibt gespannt und taucht ein in die Welt des visuellen Erzählens. Denn jetzt mit geballter Energie und Begeisterung verkünde ich, hier kommt euer Sprecher Tom Stüven. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Royal TS. Ich habe heute eine Folge aufgenommen ohne Gast, bisher ja schon recht selten gewesen. Ich hatte eigentlich einen sehr geilen Gast diese Woche gehabt. Das hat sich auf nächste Woche verschoben, weil ich, idiot, Termine doppelt geplant habe. Ich hatte einmal das Interview für den Podcast geplant und einmal das Meeting mit dem Lernen GIF. Das hatte sich dann überschnitten und ich habe dann den Gast gebeten, weil das Lernen GIF ein bisschen höhere Wertigkeit als der Podcast hat. Also sie müssen es für mich vielleicht nochmal eine Woche zu schieben. Und das war auch so kein Problem. Und der Gast ist nächste Woche dann im Royal TS zu hören mit einigen spannenden Themen, wie ich finde und ich hoffe ihr natürlich auch. Ja, was war so los die Woche? Ich habe gar kein festes Thema jetzt. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht und zwar erstmal möchte ich Danke sagen für die zahlreichen Bewertungen, die eingegangen sind. Ich hatte ja ein kleines Reel gemacht, wie man auch bei Spotify den Podcast bewerten kann oder die Show bewerten. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe da jetzt ein paar Bewertungen bekommen. Ich werde das vielleicht nochmal machen. Es ist ja auch wichtig, dass wenn man eine Sendung sich gerne anhört, da auch eine Bewertung abzugeben. Das hilft ja dem Podcaster oder der Sendung an sich ja auch weiter, sodass die ein bisschen sichtbarer wird. Ich meine, wir reden hier von, keine Ahnung, 33 Bewertungen. Sichtbarkeit ist das, glaube ich, unterste Algorithmus-Schiene, wenn ich da überhaupt irgendwo auftauche. Aber das ist ja gar nicht das Wichtige. Denn das Wichtige ist die Community, die irgendwie daraus entsteht. Und das ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt verknüpfen sich Leute untereinander, die vor dem Podcast noch nie voneinander gehört hatten. Und auf einmal entstehen irgendwelche Beziehungen auf Instagram, die von Wertigkeit sind. Und dann kriege ich gesagt, dass der Podcast daran Verantwortung trägt. Und das ist natürlich, ich glaube, das größte Lob, was man so kriegen kann. Denn wenn etwas an der Fotografie ja wichtig ist, dann sind es ja die Verbindungen, die man darüber schaffen kann. Ja, mein Fotos ist klar. Wir fotografieren um der Fotos willen. Aber das Schöne an diesem ganzen Fotografie-Business, an dieser Bubble, sind tatsächlich die netten Kontakte, die man bekommt, mit denen man zusammentrifft. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen irgendwann mal im echten Leben begegnen werde. Das wird auch passieren. Ich habe da schon so irgendwie eine Idee. Mit dem Mo setze ich mich dann mal im August zusammen. Ich bin nämlich im August auf einem Lehrgang in Sigmaringen unten. Und der liebe Mo wohnt ja in Reutlingen. So, und das ist ungefähr eine Stunde auseinander. Das heißt, wenn jeder in die Richtung des anderen fährt, dann haben wir nur noch eine halbe Stunde. Das freut mich sehr, weil den Mo habe ich das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesehen. Das ist schon sehr lange her. Wir haben fast täglich Kontakt mit endlangen Sprachnachrichten. Und es tut gut, diese Kontakte auch dann mal im wahren Leben zu sehen. Und da wollen wir mal uns ein paar Gedanken darüber machen, wie man so ein paar Charaktere, die man so jetzt in seiner Bubble hat, irgendwie auf ein Event, Event klingt jetzt auch wieder groß, aber auf so eine Art Klassentreffen zusammenbekommt. Falls ihr mal so Ideen habt, wie man sowas ausrichten könnte, dass man sich irgendwo in einem zentralen Ort in Deutschland trifft und sagt, pass auf, wir machen hier irgendwie eine kleine Ausstellung. Jeder bringt drei Bilder mit. Wir stellen die dort aus, kündigen das auf Instagram und allen anderen Plattformen, die so existieren, an. Und naja, machen da irgendwie so eine Art Meet & Greet in einer coolen Form, dass die ganze Bubble sich dann mal kennenlernt. Also, ihr wisst, die Leute, die miteinander kommunizieren und sich in meinem Umfeld befinden, das wäre schon geil, wenn man die ganzen Bubbles mal dann live vor sich stehen hat, ein dummes Zeug labern kann. Und das ist dann schon genug Tuung für die Seele. Was war die Woche noch so los? Ich habe dem Mo auch eine Leica CL abgekauft. Das ist für die, die es nicht wissen, eine analoge, kleine Messsucherkamera. Sie ist nicht so sexy wie die Leica M, aber sie kommt da schon ziemlich nah dran. coole Kiste, auch mit denen, wenn man durch diesen Messsucher guckt, da hat man oben so Geschwindigkeitenanzeige mit so einem Zeiger und rechts ist die Belichtungsmessung, auch mit einem Zeiger. Und die Kamera wirkt einfach unheimlich, also ich mag Zeiger, analoge Zeiger. Die Epson RD1, auch so ein Kandidat, die finde ich so unglaublich schön, diese Kamera, allein durch diese ganzen kleinen Zeigerchen oben. Aber 2.000 Euro für eine 3,5 Megapixel Kamera ist vielleicht ein bisschen doll, aber wer weiß, vielleicht erbe ich ja mal heftig krass von Donald Trump. Vielleicht ist das ja mal ein heimlicher Onkel und dann kann ich mir sowas auch holen. Nichtsdestotrotz, die Leica CL ist jetzt nun bei mir. Das Schöne ist, ich kann mein Leica M-Objektiv davor schnallen und ja, habe jetzt meinen ersten Film da drin, habe den jetzt immer bei mir und wenn sich mal ein schönes Motiv ergibt, dann krümme ich ab und dann hoffe ich mal auf schöne Ergebnisse. Die Kamera ist wirklich ein ganz hübsches Teil, ein tolles Accessoire und mit dem 50-1.4 davor sicherlich auch, was Bildlook betrifft, ziemlich nice und gerade auf Film dann. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist ein Graufilter, weil die Leica CL nur auf tausendstel Sekunde fotografieren kann und das ist natürlich, wenn die Sonne scheint, bin ich da schon direkt am Ende mit Blende 1.4 und muss dann auf 2.8 Minimum abblenden und ich mag das eigentlich nicht, dieses Abblenden, weil ich schon diesen Look geil finde. Aber mir ist mal bewusst geworden, dass ja dieses, es gibt ein Objektiv von Leica, das ist das Noctilux, das wäre das 50-095, glaube ich. Das ist mir schon wieder zu doll mit der Schärfentiefe und naja, Blende 1.4 finde ich geil. Von mir aus könnte das immer so eingestellt sein. Mittlerweile würde ich sogar auf meiner digitalen Leica sagen, gut, wenn die irgendwann mal runterfallen sollte und die bleibt auf Geschwindigkeit 1.15 stehen und ich kann nicht abblenden, dann ist das so. Dann würde ich da auch mit der Cover weiter fotografieren, weil es irgendwie funktioniert. Ein kleiner Spaß am Rande ist natürlich zu extrem. Ich habe das schon ganz gerne, dass man es auch einstellen kann. Ja, was war noch? Das war, gestern war ziemlich cool. Da hatte mich im frühen Nachmittag, hatte mich der Michael angeschrieben, ob ich Zeit habe und einspringen kann für den Donnerstalk. Und zwar ist der geplante Redner ausgefallen aufgrund von Krankheit, das passiert. Und schade eigentlich, weil das Thema auch sehr spannend ist. Der fährt nämlich mit seinem Fahrrad, das muss ich nochmal, weil das ist der Kilimandscharo, also irgendwo fährt er mit seinem Bike extrem lang und hat DSL 3 mit. Das hätte ich mir auch gerne angeguckt. Aber, naja, nur habe ich die Chance gekriegt, da nochmal ein paar Worte zu erzählen zu meiner Fotografie und zu den Projekten, wie ich an diese Projekte gekommen bin, wie sie entstehen und weiterhin entstehen werden, was meine Richtung wird. Und so konnte ich darüber sprechen. Es hat so circa eine Stunde, Stunde 15 gedauert, der kleine Vortrag. Ich habe tolle Rückmeldungen bekommen. Das ist jetzt schon der zweite Donnerstalk, an dem ich teilnehmen durfte. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie mit dem Leica Store in Nürnberg zusammenkomme. Und das Geile ist ja jetzt, Ende Juli, werde ich die Bubble da unten ja wiedersehen. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Genau, das war so ein kleines Highlight. Ich habe da gestern fix, als der Michel das sagte, ein paar Bilder rausgesucht und dann ein paar Notizen gemacht zu dem, was ich sagen möchte und konnte dann so ein bisschen was erzählen über das, was so ansteht. Ja, und was steht so an? Richtig, es stehen Reportagen an. Ich habe mir für dieses Jahr, habe ich jetzt noch drei offene Hochzeiten und danach werde ich das Hochzeiten-Game beiseite legen, weil ich die wenige Zeit, die ich habe an Freizeit und die ich in die Fotografie investieren möchte, die möchte ich in meine ganz eigenen Projekte stecken. Das heißt, ich möchte nächstes Jahr mehr Reportagen für die Justiz machen. Ich habe jetzt die Gelegenheit, da muss ich mal gucken, wann und wie wir das umsetzen. Da setzen wir uns noch zusammen mit der JVA in Herford zusammen zu kommen. Die haben nämlich eine Football-Mannschaft, das sind die Black Devils. Das Witzige an der Geschichte ist, gegen die Black Devils habe ich mal Football gespielt. 2012, Februar 2012 war das. Das ist ja auch schon wieder zwölf Jahre her. Krass, aber wie die Zeit vergeht. Aber naja, da haben wir im Knast gegen die Mannschaft gespielt. Das war eine sagenhafte Atmosphäre. Unsere Taschen wurden anfangs durchsucht. Wir mussten uns in der Kantine umziehen. Dann sind wir auf diesem Platz raus, in diesem Umgeben von Blocks. Also tatsächlich wie im Fernsehen. Es war arschkalt, es war Februar. Es hat ein bisschen geschneit. Also es lag so eine weiße Schicht überall. Und der Ton war sehr rau dort unter den Spielern der gegnerischen Mannschaft. Das war ein Freundschaftsspiel, was wir dort gemacht haben, damals mit den Bielefelder Bulldogs. Und das war sehr eindrucksvoll. Und das ist mir so nicht aus dem Kopf gegangen. Und jetzt, wo ich angefangen habe, für die JVA Bielefeld ein paar Fotos zu machen, ein paar Reportagen zu fotografieren, habe ich mir gedacht, boah, wie wäre es denn, wenn du dort einfach mal anfragst, kurz mal erklärst, wer du bist und was du so treibst, ein paar Bilder zeigst. Mittlerweile habe ich ja nur noch ein schönes Portfolio, was solche Reportagen betrifft. Und naja, habe auch eine Antwort bekommen, habe mich darüber sehr gefreut. Und jetzt setzen wir uns hoffentlich im August noch zusammen, sprechen dann mal darüber, wie in welcher Form so eine Fotoreportage umzusetzen ist. Das ist ja auch ein sehr sensibler Bereich. Und ja, gucken wir, dass wir im September mal ein paar Bilder rankriegen. Das nächste Halbjahr wird ein bisschen sportlich. Ich bin im August weg in Siegmaringen. Ich bin im Oktober weg in Siegmaringen, drei Wochen. Ich bin im Dezember drei Wochen in Siegmaringen. Also das wird für meine Familie auch eine harte Zeit ohne mich. Nicht, dass sie ohne mich könnten, aber ich glaube, wenn ich meine Familie vermisse, werden die mich auch vermissen. Und das wird ziemlich anstrengend, diese Zeit. Aber gut, so ist das manchmal. Und von daher werde ich da alle fotografischen Projekte zurückschrauben, weil nichts ist wichtiger als die Zeit mit seinen Lieben, mit seiner Familie. Da habe ich mir so einen Leitsatz, den musste ich mir irgendwie in den Kopf prügeln. Und der heißt, denk an deine Familie. Ich verliere manchmal so ein bisschen aus dem Fokus, dass es auch wichtigere Dinge gibt als mein Fotokram. Und dann zanke ich mich manchmal meiner Frau, jetzt nicht doll, aber es sind auch schon so diepe Gespräche, wo es dann darum geht, ja, du machst hier, du machst da, du machst da. Und ich halte dir den Rücken frei. Und ich weiß das alles sehr zu schätzen. Mein Schatz, das ist jetzt für dich. Ich weiß das alles sehr zu schätzen, dass du mir den Rücken frei hältst, auf unsere Kinder aufpasst, wenn ich mal Fotos machen gehe, auf den Reportagen bin, Hochzeiten mache. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals wieder gut machen kann. Von daher ist für mich mein Leitsatz, denk an deine Familie. Ich weiß nicht, wenn ihr in ähnlichen Situationen seid und viel Zeit in die Fotografie investiert, um da voranzukommen, in welcher Form auch immer. Für mich ist es immer irgendwie, ich will immer weiterkommen. Ich kann nicht einfach fotografieren, nur so ein bisschen für mich, für meine Wand. Nee, ich fotografiere schon, um der Welt irgendwas zu zeigen, in welcher Form das auch immer größer werden kann und werden soll. Das kostet aber auch immer mehr Zeit. Und das habe ich für mich entschieden, nächstes Jahr die Hochzeiten zurückzustellen und dann mich dann auf die Reportagen in der JVA oder auf Workshops, die ich gerne geben würde, zu konzentrieren. Weil es die Bilder sind, die mich am Ende catchen und berühren, und die Hochzeiten, klar ist das immer, das sind schöne Momente, machen wir uns nichts vor. Es ist immer schön, so Gefühle mitzuerleben, aber aus den Reportagen kann ich für mich keine Bilder ziehen, die für mich einen Wert haben. Also die Menschen, die dort sind, die das Brautpaar lieben und kennen, die haben natürlich eine Verknüpfung zu dem Tag und das Brautpaar am allermeisten. Die sehen ihre Verwandten, Familien kommen alle zusammen, Freunde sind da, es ist ein super schöner Tag, um den es nur ums Brautpaar geht und das ist auch gut so und das soll auch festgehalten werden, aber ich habe von den Bildern nichts. Ich kann nachher nicht sagen, ja, die hänge ich mir an die Wand. und man kann nicht schon, ist ein bisschen komisch, aber am Ende kann ich mit den Bildern für mich nichts anfangen. Das heißt, ich mache die Fotos fertig, gebe sie ab und gucke sie mir danach nie wieder an. Bisschen schade um die ganze Zeit, die man da investiert. Gut, du kriegst da ein bisschen Geld für und ich bin sicherlich nicht der teuerste, aber auch nicht mehr der günstigste Fotograf, was das betrifft. Man kriegt dann da einmalig Geld für, ist auch alles cool, bin ich cool mit, aber das hat für mich keine Bedeutung. Deshalb lieber Dinge tun fotografisch, die mich persönlich weiterbringen. In welcher Form, in Zukunft auch immer. Was habe ich noch? Genau, am 14.07. machen wir so ein ganz kleines Treffen unter ich sag mal Leica-Freunden hier aus Ostwestfalen-Lippe. Da kommen wir zu vier Fotografen sind wir und ein Model bisher, vielleicht zwei und wir treffen uns und wollen ein bisschen Porträts ausarbeiten, Lichtsetzungen, also wir wollen uns da gegenseitig mal ein bisschen unter die Arme greifen, mal ein bisschen zusammen Bilder erarbeiten, ein paar Tricks und Kniffe irgendwie herausfinden, uns gegenseitig inspirieren, was zeigen, eine Pizza essen, einen schönen Nachmittag verbringen. Da freue ich mich auch sehr drauf und ja, mal gucken, was da wieder draus entsteht. Das ist ja immer irgendwie auch so das Schöne an dieser ganzen Geschichte, egal was du in der Fotografie tust, irgendwas entsteht da immer draus und das ist einfach irgendwie auch ein schöner und beruhigender Leitsatz. Ja, das war es jetzt meinerseits. Es sind nur 16 Minuten ohne festes Thema. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem nicht ganz so gelangweilt und konntet euch kleine Dinge daraus mitnehmen. Ich bedanke mich bei allen, die den Bratern teilen und supporten, die meinen Podcast teilen. Danke an das Augsburger Fotografen Analog Kollektiv auf Discord habe ich da einen eigenen Blog gekriegt. Ich bediene ihn noch nicht ganz so, wie ich ihn gerne bedienen oder bedienen wollen würde, aber ich bin dran. Ich habe es nicht vergessen. Ich schreibe da noch was rein, damit die Podcast-Folge da auch irgendwie auftaucht, meine Gedanken dazu. Und da wird in Zukunft auch bestimmt mehr passieren, da ich jetzt ja auch analog fotografiere. Also auch da ein großes Dankeschön an das Kollektiv. Danke an alle, die meinen Stuff teilen auf die ganzen Rückmeldungen. Da bin ich so froh drum. Also vielen lieben Dank an euch da draußen. Das macht euch alles auch viel Spaß. Ich hatte eh Bock drauf, mal so einen Podcast zu machen und was sich daraus entwickelt, ist einfach unschlagbar. Das kann kein Geld der Welt irgendwie hervorrufen, so ein Gefühl. Also von daher, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine richtig schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt bei euch geiles Wetter, so wie es hier ist. Nächste Woche gibt es wieder einen Gast, versprochen, und dann freue ich mich von euch zu hören. Lasst eine Bewertung da, das werde ich jetzt erst mal ein bisschen ansagen, auffordern, befehlen, wie auch immer, wie ihr das braucht, dann kriegt ihr das so direkt vorgefressen. Bewertet den Podcast, und verknüpft euch miteinander, schreibt meine Gäste an, die freuen sich über Kontakte, baut euch ein Netzwerk auf, trefft euch, geht fotografieren, macht geilen Scheiß, egal was, macht geilen Scheiß. Also, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Adieu. Musik Bis zum nächsten Mal.